Ist das jetzt Ihr Lüller oder? Wo ist das denn? Ich hab' die Suppe von meinem Opperdruck. Falls das bloß'n Kletterhosen und das Edelweißen. Nein. Das ist Lüller. Hm. So wie vielleicht soll. Okay, jetzt gehen wir. Gut. So kommen wir es ja erst mal. Das macht Spaß. Ich muss die Maschine machen. Brauchten wir gerne spielen. Was? So ein Zwiebelkammer raus, sonst brauchst du wirklich keine Feinde mehr. Herr Ern? Wie bei Ihnen? Schüttiger Mathe. Da ist er ja! Ich zieh' dir an Ihrem Scheißradar kurz in Neuwein und da auch kein Ding ab. Ja, aber schaffst du mir jetzt an? Ja, du halt! Jetzt hat er noch nicht. So ein Scheißner. Okay. Da brauche ich nicht nur noch eine Menge mit. Das ist ja so. Boah! 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 Hau! Ab soinho, ich Summe, du course nicht. Boah! Ja, ich bin oft kann ja was laufen. So einenes. Ich zeig noch mal! Du bist unten! Du hast auch gut nicken! So! Oh! Wo ist er? Nimm ein Schwert! Nimm ein Schwert! Nimm ein Schwert! Kommen Sie wieder dazu! Du hast da so ein Dusel! Dann muss ich mal da spawnen! Wenn ihr einen anderen Grund angreift, kommt der andere unten! Nein, weil es mich auch trägt! Warum scheiß ich wieder runter? Boah! Da! Jetzt sind wir nicht Schwert schon richtig! Auf der selben Position! Bist du? Ich muss drüben jetzt schon! Ich muss drüben jetzt schon! Oh, was ist er? Oh, was ist er? Ja! Ja! Also ich hab's einen drauf! Ehrlich, ich hab's einen so richtig drauf! Ja, schön! So schlecht! Ja, gewollt! Hallo! H certainly! Hallo! Danke, dass Sie aus der Garage скreieren Sie, hallo! Ja! Corona, heute wahrscheinlich jemand! Assi! Assi! Nö. Ja, aber ich würde dir auch, dass du... Wir haben das Sandro praktisch weggefahren. Und ich nicht. Das war auch da drin gestanden. Und das war auf deiner Seite. Ja. Das ist ja unwitzig. Nein, das ist ja unwitzig. Ich kann doch nicht hören. Dann wollen Simon jetzt da vor der Beischtung. Das macht dir auch gut Spaß. Ich weiß. Ich weiß nicht. Wenn haben sie gekauft. Ja. Ein 8er, ein 7er oder ein 6er. Das ist ein neuer Auto. Ein 7er? Ja, irgendein neuer Auto halt. Ja, irgendein neuer. Das ist schon ein Unterschied, ob es einen 3er oder einen 7er bestößt. Ja, irgendein so dicker BMW halt. Das ist schon nicht der 7er. Ja, den normal schaut der 7er ein. Ja, den normal schaut er. So, wer neuer ist ja auch mit dir. Du hast ja ein bisschen potzig gehört. Ja, ich kann sein, dass der 5er ist. Das ist der 5er sein. Das ist der 5er sein. Das ist ja keine Ahnung. Das ist ja keine Ahnung. Ich freu ja auch keinen BMW. Ich freu ja auch keinen BMW. Ich freu ja einen. Ich freu ja einen. Und das andere weg, und das andere weg. Jetzt siehbe jetzt direkt sie für gelatschen. Das ist ja nur für Werriere. Hä? Jetzt ist er. Bei dir. Und ich habe eine höhere Frequenz. Scheiße ist da nicht so lang. Du hast da nicht so lang. Das ist eine höhere Frequenz. Eine kurze Zeit zwischen den 1-30 Minuten. Oder eine kurze Amplitude wahrscheinlich auch noch. Höhere Frequenz, eine kurze Amplitude. Leidig waren wieder die Zeugen da. Echt, heute? Nein, am Mittwoch. Echt? Und was? Hast du in der Diskussion auch gelaufen? Ja genau. Und was hast du gesagt? Was? Nein, ich habe uns ein bisschen überdiskutiert. Und dann habe ich mal gefragt, was mit den Spur auf sich hat, den du gefragt hast. Echt? Das hast du nicht gefragt? Ja. Zuerst habe ich gesagt, dass es eine scheiß Frage ist. Und dann habe ich gefragt, aber es ist so hypothetisch, es könnte mir darauf antworten. Und dann habe ich überlegt. Dann haben sie gesagt, dass Jehova neben seiner Allmacht auch die Fähigkeit hat, weise zu sein und gerecht zu sein. Aha. Das Attribut Weisheit ist sicher verrast, dass ich keiner zu einem komischen Stein erschaffen kann. Ist das schon fertig oder weil? Das ist toll. Mit einer voll Affe gegangen. Auf jeden Fall. Glauben die daran. Ich glaube es ja eh nicht, weil bei den Jungen ähnliches ist. Da ist der Leut wieder auf den Erd zurückgekommen dann. Aha. Echt zu krank finde. Riegen keiner zu, oder was? Ja, ja. Kompletter. Simon. Ja? Jetzt scheinbar schon fertig. Ja, und was willst du noch? Ja, ich schaue mal dann. Warte mal. Beide wie er ist. Sind wir schon da da sind? Ja, wir sind schon da da. So ist es schon da eingeschlagen, zu tun. Seid ihr mal 72 bei mir? 75. 74. 4. 3. 5. 1. 4 eigentlich her, oder? 5. Oh nein, no! Ja klar. Da habe ichs neufall reintel. Ja. Jetzt er gut ist gerade. Wie denn den Strugweg hat er gut. Aha. Ja, das kann man hier sehen. Super genagelnd. Bitte wieder. Aushör du im Mittel. 3 Frex. Fack den Tisch, Simon. I'm sorry. Du mein Ding. In die Mitte. Hörst du, dass ich mich schnauze? Ah, hinter mir. Oh, ey. Wollt ihr jetzt schön, verdammt? Ah, ah, ah. Andere Granaten. Ach so. Scheiss. Was weiß man nicht? Komm, nimm den Schwerd. Und ich gucke mal drauf. So, ja. Eigentlich plus fein, oder? Einig was auch. Wir sind echt einig. Wir haben schon noch gesagt, dass du keine Schraube hast. Aber die Schraube ist aber mit jedem Stück. Auch schon sicher. Ja, das ist ja... Ah, der Hau, der Hau, der ist eigentlich eine Sau. Wenn's vergeraut wird, dann wird er durchgegangen. Ja, geh, Spunkhülle! Ja, jetzt so, Spunkhülle stimmt doch gar nicht. Ja, die stimmt nicht. Ich bin ja schon lang gelaufen. Ja, aber ich bin jetzt noch da gespunnt. Ja, das weiß ich nicht, das war nichts, denke ich. Das sag' mir. Haben Sie gesagt? Ja, aber natürlich, was ich hier schon getan habe. Ja, ich hab' rüber gestimmt. Okay, der ist im Wahnsinn verfallen, oder? Das ist jetzt hier, vielleicht sind die Folge. Sehr gut. Ja. Ich hab' hier. Jawohl noch. Jawohl. Nice, Mann. Und Mitte. Ja, das ist alles. Ja, was auch? Ich hab' hier noch nicht. Ich hab' hier noch keinen Grund. Hm. Guck mal, rumstelle. Das Fenster, du. Das ist ein Moment schneller. 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 Natürlich favors Coach dei malin ist. Das ist ein Moment schneller. Das ist einionär. Das ist ein unbedingt schneller. Naja. Und das Gegenüber? Gegenüber zu. So gefahrt von deinem Ballschirm, weil ich nicht mehr auf der Schau habe. Oha, wo mit die? Nein, wo noch... Es wird ja irgendwie nicht gespacht, dass sie nicht rumgetan. Mit so einem ist auch noch einmal. Komm. Oha. Nein, nein, nein. Rüber. Irgendwann sind die Worte nicht selber möglich. Die Worte nicht selber möglich? Oh, die sind so... Oha. 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 Springen da. Fiz mir mal. Oha. Naja, dass du da sehr gut bist, weil du da bist, was machst du? Kein Mann. Spin. Ja, ich hab' mir den Platz noch gehn'n. Hilf mir noch! Ja! Ich hab' mir den Platz noch gehn'n. Ziele! Hey, Gruppe! Willst' den Platz noch gehen, dann? Ziele! Das ist jetzt nicht so... Ich hab' den Platz noch gehn'n. Ja, die hat gehn'n! Ja, ich hab' mir Kinder, weil wenn ich noch gehn'n war, dann war' ich nicht gewinn'n. Weil ich direkt immer den Platz noch gehn'n. Kommt, Leik, oder was? Oh, na! 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 Voll, voll ins Argenreiz reingekommen! Wenn du da reinhust... Ah! Das ist so geil! Das ist so geil! Okay! Hey, David, was von der... Ja! Halt's ab! Ja, wohl! Das ist so geil! Das geht in die Arge! Das wird dann nicht gut! Ja, ja! Ja, ja! Du bist ja der Kämpfer mit da! Ja, ja! Du bist ja der Kämpfer! Ja! Ja, wie das? Du bist ja der Kämpfer! Ja, ja! Du bist ja der Kämpfer! Das ist so geil! Er stirbt grad, bricht grad zusammen und ich ja in seinen toten Körper... ...und ich ja in seinen toten Körper... nicht so schnell mitten! Das ist so geil! Das... Das ist ja der Ball Freude! Das ist ja der Fall nicht! Was ist denn? Ah! Oh, bitte! Oh, nein! Oh, bitte! Ja! Ja! Oh! Oh! Ja! Mh! Huuuuh! Nein! Abmitte! Was ist wieder? Ja, los! Nein, los doch nicht mehr! Oh nein! Mach aber einen schönen Pio, dafür stürze ich alle noch! Ja, was aber eine Distanz geben willst! Teufel komm raus! Ich könnte ja mal so springen, dass ich wieder echt... Naaah! Scheiße! Warum bin ich nicht auf gut? Ey, wer schießt das Spiel auch hier! Denk im Obst! Ich glaub ich spiel... Ich glaub ich spiel... Ich glaub ich spiel... Groder Schwert auf Nurren! Gute Schwere, oder? Gute Schwere! Gute Ruhe! Auf zu kommen! Ja! Ich hab's gemacht! Und denn, der ist schon mal so zu machen! Ohne die Stücke! Ja! Der hat mich nach oben! Wir haben mich da! Danke! Und? Ja, das ist schon mal so. Seid nie! Seid nie! Seid nie! Dann kommt's einer! Geh zu dir schön! Geh zu dir! Aber da kommt noch was oder? Hast du dich gekommen? Eigentlich bin ich so zu dir geschlützt. Na, bist du zu dir? Was sind denn hier? War ich nicht auf Kopfhöhe Nein, komm! Ja! 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 Probe! Geh zu, kippe! Geh zu! Geh zu! Das ist der Jungler! Was? Also, wo ist leider? Das ist ein bisschen! Ah! Das ist viel schade! Ja, das ist der Schöder! Ja! Ich hab jetzt in die Mitte gefahren! In die Mitte gefahren? Oh, fuck! Huh? Das alles mit mir gekriegt, dass du da kommst! Ja! Ich bin ja noch mal nachgekommen, da hab ich gemerkt! Und das war auch gesetzt! Okay! Auf einmal in der Nacht! Also! Eher schwimmen, ich springe rauf hin! Kein Stress mehr! Das Bussch! Ja, hat's ja älter Samstag jetzt gelbe, der Simon! Ja, da schauen wir uns jetzt mal an! Ja, da schauen wir uns jetzt mal an! Wer wäre oder was? Ach, das ist nicht einmal! Da bist du einfach! Hm, da bist du auch! Da bist du auch! Ha! Oh, das muss ich so nicht selbst überlegen!